mal kurz was futtern nein ich habe mich nicht verlaufen ich habe nur gerade leichte orientierungsprobleme hier bin ich gekommen ja genau hier bin jetzt im redstone vorbei richtig so genau hier war über mir einmal die lava wo ich nicht wusste wie mir geschah auch noch ein modell zwei modell ist schön habe mich verzählt ja mal hier lang das wollte ich gar nicht ich habe keine fackeln mehr ups schauen wir mal sich dabei ja machen wir uns mal einsteck fackeln und wieder neue melanzi zu gefunden ja aber ich finde es sehr witzig wie viel glück man haben kann so ne also ich habe wenn ich überlege mit adrian haben wir glaube ich inzwischen drei tempel also drei hier so wie blöd gerade haben wir drei dungeons ausgenommen und haben nicht einmal melonen samen gefunden was schon irgendwie ganz schön gesagt hat muss ich sagen und hier direkt erster dungeon melonen samen zweiter dungeon melonen samen schon krass irgendwie so ich weiß gar nicht wie lange ich schon aufnehmen auf jeden fall ist eine halbe ewigkeit jetzt auch mal einen kleinen break machen und dann erstmal was essen und was trinken und und ich habe mich jetzt nicht getrunken wo ich jetzt hier am zocken bin ey und das sind jetzt bestimmt schon dreieinhalb stunden oder so so langsam wird mein mund trocken staub trocken da ist noch dirt wobei ich ja melonen samen eigentlich gar nicht unbedingt brauche ist eigentlich ganz witzig aber irgendwie ist es trotzdem man freut sich einfach so und man sieht auch geil melonen samen und freut sich halt drüber weil man halt es ist halt schon irgendwo etwas etwas besonderes wenn man melonen samen findet finde ich weil man halt melonen samen einfach nicht so oft sieht so das wird dann heute eine lustige eine lustige render nacht werden der rechner wieder den ganzen abend die ganze nacht laufen und durch rendern solche viel scheiße aufgenommen doch kein mensch das ist auch andesit ne ja ok und schon wieder eine hülle zu hören und ja fischen sie geil 2 ist geil viele höhlen ich dieses mal einfach finde das ist echt krass na gut für stacks habe ich 1,2,3,4,5,6,7 sieben komplett dann brauchen wir es hiermit mal gut sein lassen jetzt mal zurück und gucken ob wir da war noch redstone ist noch platz für redstone ja zumindest für die ep da war noch kohle für kohle habe ich auch mal platz zumindest für die ep kohle habe ich auch mal platz für die ep und auch noch redstone so so dann einmal hier wieder dazu so dann bauen wir uns hier mal wieder oder gehen wir hier mal wieder hoch ja so ohne unbreaking hält so ein schwert halt doch nicht so mega lang trotz der tatsache dass es entzaubert ist äh entzaubert genau verzaubert entstandet ja hält halt doch nicht ganz so ewig lang und es regnet aber es ist tag bp immer gut das ich platz noch für kohle habe ist auch sehr gut nix liegen lassen nix liegen lassen so level 32 das ist doch gar nicht so schlecht da kann ich jetzt auf jeden fall was enchanten müssen wir mal gucken was das sein wird überlegen ob ich mir einen Teil meiner eisenrüstung enchante wenn ich da halt protection oder sowas drauf kriegen würde wäre es halt schon echt mega geil mal gucken was ich da so kriegen kann halli hallo liebe kühlchens ja drei erwachsene ein kind das heißt erstmal muss ich mein Inventar leer machen heißt das vor allem ja danach mache ich farm rama genau jetzt mache ich kurz mein Inventar leer dann mache ich farm rama und dann werde ich erstmal eine Aufnahmepause einlegen für ein paar äh wahrscheinlich für heute bestimmt weil das soll dann heute erstmal reichen mit Aufnahmen Zeugs Gedöns schrie da was für diesen hässlichen Holz ey wie viele Emeralds ich einfach finde das ist so krass so dann ah genau meinen ganzen Redstone einmal zusammenpacken und verarbeiten so dann nochmal neu klöp fünf bleiben über das geht ja so was ich noch verarbeiten kann ähm ne gut Alter wie viel Redstone das einfach ist ey aber ich nehme es halt trotzdem mit einfach weil es einfach Unmengen an EP immer bringt und das ist halt schon nicht ganz unwichtig ne falsch Knochen kommen da rein äh das darf da hin ja weil jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr ich habe ja schon Melonen ist ja egal behalte ich einfach mal weiß man ja nie wozu man sowas benutzen kann ach so Essen kann ja auch noch hier rein so genau Zucker kann auch schon mal darüber die Melonen eigentlich auch ich glaube das braucht die Melonen braucht man glaube ich golde Melonen für Heiltränke oder so Gunpowder kann ich auch mitnehmen kommt auch in die